Reinen wunderschönen guten Morgen und willkommen mal wieder zurück zu einer weiteren eluschten Runde Dead Island Epidemic Mit Nerox, Luna, Alcerin und meiner Wenigkeit Hallöchen! Kann ich die Ansage machen? Ja! Jetzt wo schon durch ist Du machst dich aber auch immer wieder über ihn lustig, ey Oh, ich bin schon Level 11 mit der alten Aber ich würde die Ansage machen Ja, ne, ich bin schon drin Ansage Nummer 3 Ähm, ich... Ich bin, äh, 5 immer noch So, geht mal in Lobby und dann, genau Warte, ich guck gerade, wem ich nehme hier Ich hab mich schon redifiziert Redifiziert? Geil Geil Steht voll drauf Habt ihr eigentlich schon gesehen, was die Level bringen? Ähm... Die Level bringen... Neue Sachen freischaltet, ne? Die Fähigkeiten Die Fähigkeiten sind... Echt, ja? Ja Wo genau, kann ich das einsehen? Äh, ehrlich gesagt, weiß es gar nicht Ich hab's vorhin durch Zufall entdeckt Irgendwo, wo du dir die Charaktere halt anguckst Ähm... Der hier zum Beispiel, der lernt dann irgendwie Dass man die noch 2 Sekunden länger stunnt Oder sowas in der Art Also solche Sachen Ja Das kommt halt mit den Leveln Also die Skills levelst du halt, wenn du dich halt levelst Ja Ja Ist ganz nett gemacht Weißt du gerade? Bratapfel-Zimt-Bonbons Äh? Der ist sehr seltsam Der ist voll scharf Ich meine, ich kenn das ja so als Pudding, weißt du? Oder, ne, nicht als Pudding, sondern so als Joghurt Bratapfel-Zimt zu Weihnachten gibt's das ja ab und zu Nimmst du schon auf eigentlich? Ja, ne? Ich nehm schon auf, ja Ja gut Jetzt haben wir gefunden, genau Dann drücken wir Ready Alle, wir sehen uns gleich im Spiel wieder Tschullu Bis gleich Tschullu Okay, und los geht's So So, da sind wir wieder in-game, ihr geilen Fickers Ich hau einfach direkt mein... Oh, ne andre Map Geil Ja, das ist... das ist cool Ja, Dave, Dave, komm mal her Und? Direkt neben den Autos... Guck mal, direkt neben unserem Auto ist die, äh... Ist das eine Ding schon Dave? Bin da hier Weil, wenn du gestern so böse warst BAM Ne Schölle Lass's kloppen, lass's kloppen, lass's kloppen Black Knight has joined the green team Oh, jetzt hat's schon wieder gelaget bei mir Ja, das ist wie ein Demo-Chack Ja, weil Tackadon reingekommen ist Tackadon! 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 Das ist ein ganz komisches Tale, das ist ein bisschen... Oh, die sind ja so wieder rein geworden Vimo 2000, das klingt eher wie so ne Kaffeemaschine Guck dir mal meine Waffe an, Alter, die... Feuer Ja, Mann Oh... Sieht so ein bisschen aus, als wärst du irgendwie ein Behinderter oder sowas Uhhh So, so ein Armloser Hallo Ne, Roxx ist so heiß wie ein Vulkan Aaaaah Und er verbrennt sich auch mal daran Ich bin so gefühl wie einen Schrank Ach, auf G kann ich die Pakete wegschmeißen? Gut, dann weiß ich Bescheid. Ja, ach. Das haben wir dir vorhin zwar noch gesagt, aber das passt schon. Dein Gesicht. Mal gucken, wie es jetzt abläuft. Ob wir diesmal auch wieder gewinnen? Na, ich glaub... Auf G kannst du Pakete wegwerfen. Auf G war das, ne? Vielleicht sind wir auch die Einzigen, die als festes Team wirklich hantieren, weißt du? Und die anderen sind einfach so random join und wie, keine Ahnung, werden wir dann ja sehen. Könntest du ja einen Clantic geben, sowas wie, keine Ahnung, BM für Bademantel. Die Luschen. Die Luschen. Die Luschen. Die Luschen. DL könnte aber auch die Lochis sein, oder? Oh Gott. Oder wir nennen uns DAL. Dauert halt länger. Dauert halt länger. Ja. Sehr gut. Wahrscheinlich ein Insider bei euch auf Arbeit, wa? Ja. So, fünf, vier und gleich geht's los. Ich freu mich drauf, ich freu mich drauf. Und... Bäm. Ab geht die Pupe. Dave, dein Host da ist auch. Oh, warte, ich muss... Beim Laufen zumachen. Ich finde, dass... Ich finde, dass manche Charaktere schneller sein sollten. Wieso? Ja... Hallo? Weil MC Muskelberg zum Beispiel wahrscheinlich nicht so schnell ist wie... Das wäre aber ungerecht. Dass bei LOL Charaktere die schneller sind von Sanu aus. Ja, aber... Ja. Ja, natürlich. Simon. Ja. Das ist ja Aids. Ich bin controlled! Nein! Ich bin von so ner alten angespuckt worden! Jetzt kontrolliert sie meinen Gedanken! Ich auch! Was willst du denn da kontrollieren? Bei Daniel ist es so, die Zombies ignorieren ihn komplett. Weil sie merken, da gibt's gar nichts zum Essen. Da gibt's kein Gehirn. Haltet euren Maul, ey! Nur deswegen rennst du da hinten alleine rum, oder? Nein, ich hab grad ein paar Zombies gekillt! Schon mal vier Pakete! Mal hin! Echt? Mhm. Ich hab drei. Im Moment. Ich hab eins. Fünf! Ich hab dir grad meinschen geworfen. Achso. Auf dem einfach sein Paket für die Viecher. Da oben ist ein... Linker. Hau mal gleich drauf! Da sind gleich zwei Viecher, ey! Und die nächste Barricade. Jaaa! Im Spiel geht's ja auch nur darum, Barrikade zu zerstören. Erst auf das Glückste was du machen kannst, in einer Welt von der Zombies, mach immer die Barrikaden kaputt. Man kennt das ja. Mit Schwertern vor allem. Die Zombies, die stellen die Barrikaden auf. Achso. Um sich von uns zu schützen. Ja! Um die fiese Bedrohung der Menschen hier fernzuhalten. Die Zombies sind eigentlich verliebt, weißt du? Die wollen uns nur aufhalten. Weil wir die Bösen sind. Guck mal, wir sind Mutated Burk. Die Zombies sind sogar zumal so... Na gut, Licker und so. Aber... Die denken sich, meine Güte, hör doch mal auf unsere schöne Welt hier kaputt zu machen. Schöne neue Welt. Eigentlich sind wir die Bösen. Ja. So, und durch. So, pünktlich zum Saisonbeginn bin ich dann auch wieder da. Oh, guck mal, der blaue Team ist schon durch. Echt? Die sind schon da, ja. Wir müssen uns beeilen. Woran siehst du das? Unten links, Blue Team has reached the supply area. Ach, die haben doch nix drauf. Ich geh schon mal raus und gib ein paar Pakete ab. Ja, ich auch. Oh, gut, stimmt. Ich geh nicht hier runter. Ich geh nicht hier runter. So, okay. Das ist ein scheiß Rammer. So. Ah, fick. Sag ich doch. Also ein Kurzboss. Ein Kurzboss. Danny nennt die immer Boss. Ja, es ist ein Mini-Boss halt. Lass mich halt. Ein bisschen Heal hier rausklappen. Und... Levin. Die Map, ey, guck mal. Mach ich mal hier schnell. Und dann dürfen wir mal schnell die scheiß Basis und dann geht's los. So, alle hierbleiben? Nee. Ja, dann geht's aber schneller. Nee. Wenn mehr in der Basis, je mehr drin sind, desto schneller geht unten die Prozentzahl weiter. Echt? Ja. Ich will hier eigentlich dafür... Ach, scheiße. Jetzt bin ich gestunt. Da hält sich ja nicht raus. Grün nimmt gleich zwei ein. Ja, deswegen wollte ich auch schon zur nächsten. Aber ich werde hier grad die ganze Zeit gestunt. Wir sind viel schneller mit der ersten. Dann kommen wir an dem Licker nicht vorbei. Okay, ich bleib hier und mach erstmal das Ding weiter. Ich glaub nicht. Da ist ein Raumer. Achtung. So. Ich nehm mal hier noch das Supply-Ding mit. So, Ult hab ich jetzt auch. So, ich hab zwei Pakete. Achtzig. Blaues Team ist hier. Soll ich mal abgeben? Ich hab nämlich alles gestückt. Ja. Mach. So, ich komm euch mal helfen. So. Aber die blauen, die holen ganz schön gut rein, wa? Ja, die sind gut dabei. Na ja. Ja, die farm auch nur. Eher ist... Eher ist grün noch dabei. Na ja, guck mal, die blauen, wie viele die schon haben? Wie viele Punkte? 100. Irgendwann hat man 53. 100 erst 9. Wir haben noch 56 Pakete dabei. Alter. Deswegen ja. Die hauen gut rein, ey. Ja, die haben nur... Die kennen auch nur... Die kennen auch nur... Scheiße, blau. Muss ich abhauen. Ich bin grad auf dem blaues Team gestoßen. Okay, das war's für mich. Ich bin tot. Echt? Ja. Ich bin grad voll in der blaue Basis gerannt. Ja, ist doch aber logisch. Der ist ja auch blau. Ja, ich hab das irgendwie grad... Ich dachte, ich komm zu euch, aber ich hab irgendwie überlaufen. Wie viel Pakete hattest du dabei? Äh, weiß ich grad gar nicht. 10 oder so. Oh, scheiße, ey. Ja, ja. Das war grad ein dummer Fehler von mir, sorry. Grad nicht aufgepasst. So ne Spuck, Alter. In der Basis, dann komm ich mal, äh... Gut, der 44 wird abgeben an eurer Stelle auch. Ja, ich... Bin schon drüber. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Da oben ist noch ne Basis, die noch nicht übernommen wurde. Ich geh da mal hin, war. Ganz, ganz vorsichtig. Ja. Aber wahrscheinlich wird er grün warten gleich. Wohl grün nimmt grad ne blaue Basis ein. Es blinkt, es blinkt noch nicht, deswegen. Doch, jetzt. Ach shit. Ist egal, hau mal weg. Ja. Die hau mal echt gleich. Wahrscheinlich nur eins, es ist zwei Leute. Weil grün ist, es ist ein bisschen, ja. Es blinkt drin, äh, es ist nicht das selbe grün wie das andere. Nur einer. Ist nur einer? Weg ist er. Doch, ich hol mir noch ein paar Zombies. Ist er tot oder weg? Da ist weg, also tot. Er ist tot. Ich hab ihn gehört. Wir müssen doch sicher auch anfangen zu Capturen. Ach ne, es war Zombie so. Ich geh nochmal zum Auto, weil es gibt Pakete. Oh fuck. Kann mir mal einer helfen? So, hier oben kommt was. Ich bin Stunt und fest und da ist einer, der hat Pakete dabei. Ah, hier ist so ein scheiß Licker gerade, Moment. Hier ist gerade ziemlich viel. Ach, so, 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 äh, Post, ne? Na, da oben ist auch noch einer, der, ähm, hat so einen Beutel dabei. Ich denke immer, der hat mehr Pakete. Ja, ja. Ah, hier ist ein blauer. Daniel, schlag den von mir runter. Ja, ich bin gerade dabei. Jetzt hat mich der Licker. Ah, ich bekartier von ihm. Ich bin das vorrangige Ziel von ihm. So, hier ist der blaue. Lass ihn entkommen. Nö, ne. Ich habe ihn gestunt. Er hat ja da Pakete dabei. Level ab. Das tut. Da kommt noch ein grüner. Ja, scheiße auf den grünen jetzt mal. Die Grüne hängt unsere Basis ein übrigens, ne? Also die wir grad eingehen wollten, unten Nicht so schlimm Gehen wir mal dann wieder Boah Alter Wir haben jetzt 86 Pakete dabei Abgeben, aber da oben im Down-Ton ist ein Grüner Ja, hier auch So, scheiße, weg, 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 weg Ah, fuck Einfach zum Autorennen Ja Erstmal heilen, erstmal heilen, erstmal schön auf jeden Fall abgeben Das war super, ja So, das geht, das läuft Jetzt wieder hoch, dann ist der Grüne wieder Ach, eine Basis von uns wurde eingenommen unten links Ja Grün hat halt schon drei Basen eingenommen Wir müssen uns eine Grüne von oben holen oder so Einfach mal die hier erstmal, die noch nicht bedingst ist Da kommt ein Grüner Links zumindest Ja Ja, da können wir hoch mal runter Aber da ist jetzt weg Der baitet nur Der würde uns weglocken Kann aber vergessen Lass uns erstmal kurz hier Deffen ein bisschen Weil dann geht's eh schneller, weißt du Ja, bleib mal hier, ich hab schon wieder 70 Pakete Ich würde die Ungarn verlieren, weißt du Ja, klar Nehm ich noch null Ich hab zwei nur Da liegt ein Paket Achtung, blauer kommt hoch Okay Ja, ich hab hier die Turret, also für da Und ein Ulti Da Gestand Und Ulti drauf Jawoll Super, läuft So, Heal ist immer voll, ich kann jetzt richtig die Healen erstmal Das ist ganz geil Noch Ich hab schon die Rotz, ey Da, ich hab's schon Grün von oben Mit dem Turret Ja, der eine ist gestand Fuck Ach, die Linken musst du ab, ich geh wieder zurück Ne Mein Turret Und ich stunde gleich wieder Jetzt Okay Fuck, 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 fuck Aua Was ist das denn? Ich heil mich erstmal schnell Mit Dingsen Alter Ne, boah, die Pakete, oh Gibt ab oder so Na, ich kann schon abkämpfen Fuck, ihr seid genau in dem Augenblick, wo ich Dingsen wollte Das gewichen So, da ist Dude Aber ich bin auch Dude Fuck Daniel, weg Fuck, ich bin tot Ja Deine Pakete sind in deinem Arsch Ja Ja Nehmen sie unsere Basis natürlich ein Und machen alles so plühenvoll Shit, shit, shit Ja, die nehmen wir unsere Basis ein Ich kann ja die blau unten Nehmen da, einer hat ein fettes Paket Da ist ein Stern auf der Karte Seht ihr das? Holt ihn euch Ich kann ja die grünen echt vernichten Ja, dann Ich weiß, was die blauen Guck mal, die blauen, guck mal, was er für ein Paket hat 109, Alter Ja, den bekommen wir eh nicht mehr Ja, klar Ich bin gestunnt Und bin Ich war nicht grad heilen Ich geh mich hier unten Alter, der eine von denen macht so viel Schaden Ja Ja Dieser Pauler, ne? Ja Mann Los, nehmt mein Zeug auf Dave Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Und jetzt renn Woa, scheiss Hammer Nein, da unten ist noch ein grüner Rennen, rennen, rennen Bababababababababababababababababababababababababababababababababababababababach 같은 Der grüne erfolgt hier nicht mehr So, Level up Ja Ich esse mich du erst mal voll Ja Boa, geschafft Sehr gut Sehr gut Okay Und wieder da Urren Ja, wird echt ein knappes Ding hier trap Dieses Mal, wie gründe Oh Blau Will Noob Orange Noob Orange Dein Gesicht, ey. Bobby. So, Blau will uns einnehmen. Wie kann man denn an alle schreiben? Äh, weiß ich nicht. Das Noob Orange ging an mich. Weil ich grad nicht in ihre Base gerannt bin, den Cheap noch gekillt hab. Lass uns die da oben alle wegholen. Na, dann wollen wir mal zeigen, wer hier wirklich Noob ist. Fuck. Warum kommt denn hier keiner zu unserer Base, die die ganze Zeit eingenommen wird? Was macht ihr denn? Wir sind ja grad da. Ne, wo? Ach, hier unten. Ja, der Blaue hat uns die ganze Zeit da unten eingenommen. Ja, und hier oben wird auch eingenommen, also... Und hier oben ist sogar noch ein Elite-Flooter. Komm, lass uns da unten gehen. Geben jetzt noch die Pakete, die wir jetzt bekommen haben. 14 Stück, hab ich. 30. Einmal schnell abgeben einfach. Und dann gehen wir nach unten zu der anderen Base. Wenn wir jetzt nicht den Elite da oben können. Der gibt auch den anderen. Fuck. Lass lieber nach unten, nach Blau. Ja, ich versuch den Punkt nur die ganze Zeit zu verteidigen. Sorry, ich bin da. Ich komm mal. Ja, ich bin da noch ab. Das ist mein Problem. Ja, der Typ auch. 22 Pakete mit. Oben links ist ein Boss. Wenn wir da hingehen wollen. Ja. Muss erst mal abgeben. Weil 22 Pakete... Na gut, 22 Pakete ist schon nicht wenig. Ja. Level ab, jawoll. So. Ja, dann Daniel, komm. Wir gehen schon mal hoch. Ja. Ich fiel schon mal. So, drei Pakete hab ich nebenbei bei. Achtung, jetzt hier. Nicht in die Bails rein. Oh, scheiße. Grün greifend einen an. Und Blau. Ja, grün haben extrem viele Pakete. Boah. Da ist einer mit nem Stern. Der kommt jetzt hier. Der kommt jetzt hier. Ja, hab ich nebenbei grad bei Zombies-Moment. Der ist sehr langsam. Na Daniel, wir müssen hoch. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Ich freue mich. Da kommt einer zurück von den Grünen. Ja. Ich bin schon auf dem Weg. Wieder weg. So, weg. Weg, 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 weg. Das Problem ist nur, die grüne Basis ist direkt hier. Das ist auch voll fies gewesen, Alter. Ja. Natürlich direkt in deren Nähe gewesen. Der grüne kommt jetzt auch bestimmt gleich hierher. Da ist ein blauer. Ja, ist egal. Oh, Alter. Ich hab 51 Pakete. Ich muss hier weg. Die scheiß blauen haben 100 Stück dabei. Und jetzt wirds immer weniger, weil sie grad in der Base angekommen sind. Ich hole ihn um. Jawoll. Okay, Dave, hol dir da oben einfach irgendwo, also... Ich nehme die Basis jetzt. So. Komm schon. Achtung, Polo kommt. Ah, fuck. Ah, shit. Blau, 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 blau. Soll er doch. Du lebst wieder? Ja, ja. Ich hab mich kurz spontan gerätzt. Ein Idiot. Ja. So. Da hast du noch ein blauer? Oh, ich war knapp. Da kommen zwei blaue. Okay. Daniel, lass die herkommen. Shit, fuck. Fickt euch, Mann. Ach, tot. Fuck, shit. Du bist doch vorhin in ihre Base reingerannt. Ich vergesse immer, dass man noch einen Superschlag hat. Ja. Diesmal wirds echt knapp kommen. Wir sind alle gleich auf ungefähr. Wir linken sie oben ab und ihr holt dann den restlichen Scheiß, weißt du? Ist ganz geil eigentlich. Noch sind wir in Führung. Das kann sich aber ganz schnell wieder ändern. Deswegen ja. Ja, ist schon ganz geil eigentlich. Okay, ich komm mal, äh, wo kommen wir hin? Nach oben? Oder wo? Nach oben. Alle sind oben. Hell ab, jawohl. Ah, fuck. Fuck, ja. Ah, das hätte klappen können, wenn ich mich jetzt nicht gefressen hätte. Okay. So, lauf schon, lauf einfach, lauf, 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 lauf. Ja. Ich hab 43 Pakete. Heil dich mal, nicht auf Zeit. Ja, das wär super. So. Ich schütze Sven. Ja. Ich schütz dich derweiler. Nicht, dass hier irgendwie einer ankommt. Nee, ich heil nicht mehr. Achso, du bist schon unterwegs, gut. Hab die Eile gekürt. Ja, weil ich hab's echt ganz gut hingekriegt. Guck mal, die blauen haben gar nichts gekriegt. Guck mal, die blauen haben gar nichts gekriegt. Sehr gut. Jawoll, so muss das aussehen, Leute. Ich hab auch noch einen Swansch-Paket dabei. Ich hab elf. Okay. Briski briski. Wo gehen wir hin? Äh, weil wir die grüne versuchen oben einzunehmen. Ist halt echt schwierig, aber hier oben ist blauer. Blau kommt. Ah, das ist wieder der Spast, der nichts kann. Ach der. Ach der. Der bringt immer nur EP. Das ist gut. Freeload quasi. Ja. Das ist wie so'n kleiner Zwischenboss. Sehr schön. So, jetzt gehen wir zu grün. Das sieht's aus mit... Das ist von wegen Noob Orange hier, weißt du? Noch neben in der Führung. So. Ach, okay. Ist da nicht. Sehr gut. Reset sie die turret. Ich starte die Wave. Okay. Und ich heil nochmal schnell. Wenn's geht. Jetzt. So. Turret Acquisim von Blau unten ein. Ach, fuck. Sehr gut. So. So, ich beschütz mal deine Turret. So schön. Dann mach ich den eh. Wiederbeleben brauch ich nicht unbedingt. So, alle hier bleiben am besten. Einfach nur deffen und dann schnell einen nehmen. Naja, Blau versucht gleich unseren Punkt unten einzunehmen. Naja, gut. Das ist... Das ist Wayne. Sobald wir den hier eingenommen haben, gehen wir dahin. Genau. Das ist eh nur einer, glaub ich, der da rumgammelt. Ja, ich... Das sind zwei. Also eben waren's noch zwei, ja. Kann er mal gucken, gell? Okay. Geh mal gucken. Ich geh schon mal los. Da oben ist ne komische Alte. Okay, Pakete. Ich bin jetzt controlled, shit. Nichts in Pakete. Los. Müsste ne machen. Ja. So. So. Mal die Alte. So. Genau. Die controlled eine zu oft, so. So. Los weg hier. Und weg. Wir müssen mal los. Bisschen sprinten. Solange ich hier bin, geht das nicht weiter. Sonst kann die vergessen. Jaja, die wird jetzt eh sterben. Doch die stirbt, du. Gib den erstmal ab. Ich hab nämlich 20 Pakete, bevor die irgendeiner kriegt, weißt du. Okay, geh los. Ich geb ab. Und die Alte, die stirbt jetzt. Ich geh auch mal abgeben. Ich hab' die noch nicht gesuppt. Sicher ist sicher, weißt du. Alles noch zu gut gekommen. Außerdem haben wir dann glaube ich vielleicht sogar gewonnen. Bei die Olle, Nerox hätte sie jetzt schön in die Fänge nehmen können, aber okay. Ja. Ist das ein Paket, aber das ist ja. Ja, ist ja okay. Ist ja okay. So. So. Die kontrollieren wir. Die kommt zu dir, also ich. So, es kommt da. Könntet sie noch kriegen. War schwierig. Wo ist sie denn? Unten, nach unten weg. Ich geh was mal ab. Okay. Wir haben auch nochmal einmal schnell die ab, die ich dabei hab. Aha, sieben Pakete. Hey, warum hat er nicht abgegeben? So, hier ist auch noch ne blaue. Irgendwo. Ja, die hat sich weder belebt hier, Alter. So. Okay. Wir brauchen nur noch zwei, Alter! Jawoll! Jawoll! Alter! So sieht Blue Orange aus! Warte, wie kann man nochmal für alle schreiben? Geht nicht mehr. Geht nicht mehr. Achso. Das war aber. Ha! Guckt euch das Video an, ihr scheiß Franzosen! Ha! Supi! Wir sehen uns in der Crypt wieder, bis gleich! Bis gleich! Supergut! So! Oh, Level 7! Und wieder Level Up, glaub ich. Ja, ja, 201. Ne, noch nicht Level Up, aber. Ich guck mir das auf jeden Fall mal in Ruhe an. Game Reward, auf jeden Fall. 13 Zombie Glue! Und nochmal 13 Zombie Glue! Du hast Zombie Glue? Ja! Du hast 13, ich bekomm nur zwei und einmal... Ach ne, drei! Drei! Das X war von Weitem aus wie eine 13. Ich bin ja grad ein bisschen weiter weg. So! Also! Ja! Noob Orange hat einfach mal das Team wieder gewonnen! Mal wieder! Wattler! Voll geil! Vor allem Noob Orange! Ha! 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 Am Arisch! Am Arisch! Am Arisch! Bumst ihr Scheißgrüben! Wir haben alle eure Punkte eingenommen, ihr Ficker! So muss das sein! Jo! Hat Spaß gemacht! Zubi! War mal wieder eine geile Runde! Jo! Wir sehen uns beim nächsten Mal! Wir machen jetzt ein Päuschen! Punkt 17 Uhr! Fast sogar 5 Minuten vorher! Pünktlich Schluss! Feierabend! Läuft! Sehr schön! So! Wenn es euch gefallen hat Leute! Wie immer! Wird mich über nette Kommentare freuen! Ansonsten Kritik ist immer gern gesehen! Und gebt einen Daumen hoch! Gebt einen Daumen hoch! Abonnieren! Favorisieren alle eure Freunde mit Kacke beschmieren! Super geil! Bis dann! Tschüss! Tschüss! Tschüss!